Der dritte Spieltag ist eine unfassbar harte Nuss. Und weil wir nur zwei, drei Spiele haben, auf die wir uns wirklich verlassen können, wo wir zwei, drei Spiele reinzaubern müssen in ein Stadion am Wochenende, ist heute die Mission, preiswerte Lückenfüller zu finden, damit wir... Wir schauen uns das Spieltag an. Im Intro schauen wir uns das Spieltag an. Damit wir die Bayern, damit wir die Dortmunder, damit wir vielleicht noch zwei, drei andere Teams, darüber sprechen wir gleich, aufstellen können. Ja, und es wird ernst, denn der dritte Spieltag hat es in sich. Janni hier von Kickface, schön, dass ihr dabei seid. Heute in dieser Episode erwartet euch zuerst mal ein Vorausblick, was hat der dritte Spieltag zu bieten. Auf welche Duelle sollten wir gehen, von wem sollten wir den Finger lassen. Dann habe ich mir überlegt, weil wir nun mal die teuren Spieler von Bayern, Dortmund und Co., raufzaubern müssen, wollen, weil da die Explosionen warten am Wochenende, vielleicht noch Gladbach, Wolfsburg, schauen wir uns gleich an, brauchen wir günstige Lückenfüller. Und ich bin mal auf die Suche gegangen und habe elf preiswerte Lückenfüller zwischen 500k und 5,6 Millionen rausgesucht. Die euch weiterhelfen könnten im Team bauen, in der Kaderplanung, natürlich auch in Manager-Ligen. Und, last and, wahrscheinlich auch least, meine Aufstellung für den Spieltag in der Championship 1. Liga und 2. Liga, ab geht's. Wir beginnen mit dem Mismatch der Woche und das sehe ich direkt am Freitagabend tatsächlich. Gladbach daheim gegen Hertha, Gladbach, das stärkste Team nach Ecken, schon drei Kisten nach Ecken. Die haben schon fünf Tore generell gemacht, drei im ersten, zwei am zweiten Spieltag. Also die Offensive pur und vor allem eine riesen Upside sehe ich Eckenschütze. Jonas Hofmann finde ich sehr relevant, obwohl er relativ preisintensiv ist. Da muss man halt schauen, wie viel Bayern, wie viel Dortmunder will man aufstellen in diesem Wochenende. Und dann immer möglich in diesem Jahr. Alles Handplayer, Rohpunkte, Monster, halblinke Position tut mir enorm gut. Tyram kannst du vorne rein zaubern. Und wenn du bedenkst, drei Tore schon nach Ecken. Hertha auch relativ anfällig nach Standards. Die Kopfballstärksten, Uriimović ist zwar relativ groß, aber wir haben jetzt die ersten zwei Spieltagen gesehen, trotz Callballgröße nicht über 50% Kopfballduelle gewonnen. Von daher, man mal nachdenken und eventuell hinten, so Upside, Elvedi, sehr, sehr fraglich. Friedrich könnte da mal reinrutschen. Also Friedrich hat generell Kopfballstark. Und auch Rami Benzebaini. Zwar nicht bei 100%, wird aber seine 70, 80 Minuten bekommen. Und da bin ich mir relativ sicher, dass er Abschlüsse bekommen wird. Also Friedrich, Rami Benzebaini, wenn man über die Kopfballschiene geht. Oder halt wirklich Offensivfußball pur. Ich gehe auch von 60, 65% Ballbesitz aus von Gladbach, weil das ist dieser Farke-Fußball, der inzwischen da gespielt wird. Also Rohpunkte für Gladbach. Upside, Kone Kramer kann ich mir auch gut vorstellen, dass da der grüne Balken auf jeden Fall wächst. Also zwei der Gladbacher werde ich mir reinzaubern und empfehle euch, euch auch reinzaubern eure Truppe. Gehen wir die anderen Partien im Schnelldurchlauf durch. Dann haben wir die Stuttgarter daheim gegen Freiburg. Stuttgart seit 22 Partien. Das ist die größte Durchstrecke von Weißen Westen daheim. Ich glaube, Homburg, ich lese kurz ab, was haben wir? Homburg 25 Heimspiele mit jeweils einem Gegentor und Rot-Weiß-Essen 26 Heimspiele. Nicht zu Null. Also die Stuttgarter machen den beiden negativ Rekordlang. Da Konkurrenz gegen Freiburg sieht es meiner Meinung nach eh nicht aus. Ich sehe da kein zu Null. Ich sehe da keine grünen Balken für Müller, für Ito, für Anton. Wahrscheinlich noch nicht mal für Mafropanos. Sollte er überhaupt spielen. Eventuell dann Stenzel. Also grüne Balken, gerade auch als Defensive. So Endo und auch Armada sehe ich da nicht mit einem grünen Balken. Freiburg Offensive, dadurch, dass es ein Auswärtsspiel ist, vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Vorsicht wahrscheinlich nicht, weil es ein Auswärtsspiel ist, sondern wahrscheinlich eher, weil die Freiburger, ich bin ganz kurz drauf, halt finanzintensiv ist. Und du musst an diesem Spieltag, meiner Meinung nach, ihr habt ja hoffentlich eure eigene Meinung für das Wochenende, du musst Bayern, du musst Dortmunder aufstellen. Und von daher müsst ihr halt schauen, wie viel Freiburg könnt ihr reinzaubern. Weil die safeste Variante wahrscheinlich Doan, Grifo, Höfler wird auch punkten. Eggestein gefällt mir sehr, sehr gut in den vergangenen Wochen. Linhardt wäre mir zu teuer. Ginter wäre mir auch zu teuer. Flecken wäre mir zu teuer. Also da müsst ihr selbst abwägen, wen ihr drin seht. Wenn dann vielleicht 1, 2 Freiburg, Cedia ist noch relativ cheap. Also Cedia, Eggestein wäre für mich so die zwei, die ich eventuell sehe. Vielleicht ein Doan, wenn die 15 Mio über sind. Augsburg-Mainz verbrenne ich mir nur die Finger. Also egal, was ich sage, es kommt nicht so. Also am besten überspringen wir einfach den Part, weil ich habe am ersten Spieltag gesagt, Mainz auswärts in Bochum keine Chance, haben 2-1 gewonnen. Ich habe letzte Woche gesagt, Augsburg auswärts gegen Leverkusen keine Chance, haben 2-1 gewonnen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also Mainz, Augsburg, am besten reden wir gar nicht mehr drüber. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Wir haben halt auf beiden Seiten relativ günstige Spieler, die spielen könnten. So ich sehe einen Ulukay relevanten, Pedersen, Jensen hat getroffen. Es gibt einige Spieler, die halt auf beiden Seiten noch relativ preiswert sind und spielen könnten. Frage an euch, so auf wen gehen und auf welche Spieler vor allem gehen in dem Duell. Dann haben wir Leverkusen gegen Hoffenheim. Leverkusen, expected goalwert diese Saison von 3,9. Ihr wisst alle, wie viele Tore die bis jetzt gemacht haben. Aranguiz war der Einzige, eine Kiste gemacht. Also 3,9 expected goals, also Chancen noch nöcher gehabt. Gegen Dortmund 55% Ballbesitz, gegen Augsburg 66% Ballbesitz. Jetzt kommt Hoffenheim. Ich weiß nicht, was passieren soll. So ich glaube, Leverkusen macht im Grunde genommen alles richtig, nur die Chancen werden nicht genutzt. Also ich wäre als Manager von Leverkusen-Besitzern, wäre ich ruhig. Also ich hoffe, ihr habt noch nicht zu viel Leverkusen verkauft, weil ich anzipiere hier viel Balles gegen Hoffenheim. Viele Rohpunkte. Und irgendwann, so schick, kann noch nicht 10 Großchancen hintereinander vergeben. Diaby kann doch nicht 5 Großchancen hintereinander vergeben. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Offensive stechen wird gegen Hoffenheim. Müsste halt so pick your poison. Pick your poison. Ich würde jetzt keine drei Leverkusener aufstellen, aber eher Leverkusener als Hoffenheimer. Und bei Leverkusen so Asmun. Ich habe versprochen, ich hype ihn nicht mehr. Ich will nur ansprechen, dass ich ihn in der Startelf sehe und er noch für 11 Millionen relativ günstig wäre für ein Duell, was ich mit einem Heimsieg von Leverkusen sehe. Schick Diaby. Die werden eine Kiste machen. So die werden eine Kiste machen. Da würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, einer von denen trifft er auf jeden Fall. Wenn nicht, lasst euch was einfallen. Schreibt euch in die Kommentare. Ich will die Kommentare voll sehen heute. Und sonst Palacios sehe ich wie in der Startelf. Bin ich auch ganz gut mit der Abseits. Sehe es in Kapi. Baka, riesen Enttäuschung gegen Augsburg gewesen. Ich sehe in Kapi als Linksverteidiger gesetzt. Und halt dadurch, dass Leverkusen viel Ball besitzt haben wird, notgedrungen mit Punkten. Also da kann man sich ein, zwei aussuchen und vielleicht mal reinzaubern, je nachdem wie viel Bayern und Dortmunder man will. Bei Dortmund gegen Bremen haben wir zuerst mal einen, den ich mal hervorheben will. Gregor Kobel, wahrscheinlich Top 3 Keeper der Liga und hat auch die beste Abwehrquote an den ersten zwei Spieltagen von allen Keepern. Also 90% aller Torschüsse, die aufs Vorkommen, haben sie abgewehrt. Das Ding ist jetzt nur, willst du 19 Millionen für einen Goalie ausgeben? Und Werder Bremen, das Team mit den wenigsten Torschüssen, 15 Torschüsse nur, kombiniert an den ersten zwei Spieltagen. Klingt gar nicht so wenig eigentlich, aber ist Liga niedrigstwert. Also von daher, Bremen Offensive relativ ungefährlich. Kobel wäre mir wahrscheinlich zu ein Waste. Du musst auf zu Null gambeln, wenn kein zu Null, dann wahrscheinlich nicht mit vielen Punkten. Aber wir haben Dortmunder, die trotzdem stark grob Punkten werden. Ich gehe von 55, 60% Ballbesitz aus und du hast einen Hummels, der viel machen wird. Du hast einen Guerreiro, der viel machen wird, wenn er spielt. Und du hast vor allem Leute mit mega Upside. Du hast einen Marius Wolf getroffen. Wäre mir der Gamble wert, so Meunier, Wolf, wahrscheinlich ein 50-50-Ding, wäre mir ein Gamble wert. Ich gehe davon aus, dass Wolf in der Startelf steht und auch bei Nogittens. Adeyemi zwar wieder fit, aber warum sollst du jetzt was riskieren direkt reinschmerzen? Ich gehe von bei Nogittens Startelf aus. Deswegen Wolf bei Nogittens, so meine Empfehlung und auch Daniel Mahlen. Gerade so die linke Seite. Mahlen, Guerreiro gegen, wen haben wir da, Weiser und Amos Pieper. Leichte Mismatches für die Championship, vielleicht ein Gamble wert. Das Samstagabendspiel sehe ich dann als wahrscheinlich größte Gefahr des Spieltags. Union Berlin, Leipzig. Mein erster Eindruck wäre dann, ja, die Leipziger werden ja Favorit sein, würde vielleicht zwei, drei Leipziger aufstellen. Union Berlin, Defensive, extrem stabil. Die lassen, ich versuche das irgendwie verbal hinzubekommen, dass ihr das versteht oder dass ich es selbst verstehe. Die lassen Torschüsse von einem Expected Goalwert von einem zu. Das ist der ungefährlichste Wert der Liga. Das heißt, wenn Mannschaften gegen Union Berlin den Abschluss suchen, dann sind es auch Verzweiflungsabschlüsse. Ich hoffe, das hat es gut rübergebracht. Leipzig wird sicherlich zu Abschlüssen kommen, aber ich glaube, man darf die Leipziger Offensive jetzt nicht als qualitativ so hochwertig sehen, dass sie gegen diese stabile Unioner Defensive viel anrichten könnten. Also von daher Vorsicht bei Werner, Vorsicht bei Nkunku, Vorsicht bei Olmo. Ich sehe da echt Potenzial zum Finger verbrennen, weil Leipziger auch relativ teuer und wir können mal kurz auf den Leipziger Kader gehen. Einzige riesen Upside halt Blaswig. Gulaschi fällt aus, 500k Keeper, Leipzig wird vielleicht nicht viel aufs Tor kommen, muss aufs 0 Bonus gambeln, aber in jeder Championship-Truppe eigentlich halt ein riesen Mehrwert, wenn du vorne 10, 15 Millionen mehr hast. Am Sonntag haben wir dann Frankfurt gegen Köln. Bei Köln würde ich gerne eine Person hervorheben und zwar ist das der Kollege Florian Dietz. Florian Dietz gab die meisten Torschüsse an den ersten zwei Spieltagen ab von allen Bundesliga-Tor. Also mehr als Musiala, mehr als Patrick Schick, weil da gefühlt jede Großstraße vergeben war. Florian Dietz gab neun Torschüsse ab in den ersten zwei Spieltagen, hat am zweiten Spieltag dann sein erstes Bundesliga-Tor gemacht und auch was man so aus dem Kölner Umfeld hört, es wird kein Schirmer mehr kommen, Stand jetzt. Das kann sich ganz schnell ändern, wir kennen den Profifußball. Aber Florian Dietz kriegt Vertrauen für 5 Millionen. Frankfurt kein einfaches Spiel, kein einfaches Spiel, aber für 5 Millionen. Zielspiel Nummer 1, wenn man bedenkt, was Modest in der Lage war, teilweise bei unfassbaren Mismatches. Ich erinnere mich an die Spiele in Wolfsburg damals, wo er zweimal geknipst hat. Dietz immer gut für den Treffer, gerade weil Zielspiel Nummer 1 und frischer Wind. Wir können darüber noch diskutieren. Die Kölner könnten rotieren nach heute Abend. Das Problem ist nur, ich kann jetzt nicht prophezeien, wie. Morgen Kick-Bass-Pressekonferenz, 17 Uhr, mit Titi und mir, reinhören. Wir ziehen uns BK rein, wir ziehen uns heute Abend das Spiel auch noch rein und schauen dann, wer wie rotieren könnte. Also da gibt es die Infos. Sonntag 17.30 Uhr, im Gegensatz zu Sonntag 19.24, werden Kick-Bass-Tabellen komplett durcheinander gemischt. In unserer Office-Liga ist es auch so, viele Manager haben halt nun mal, weil Bochumer relativ preiswert waren, relativ viele Bochumer. Also ein Usai Tutu haben, glaube ich, relativ viele. Ein Heinz hat relativ viele, ein Ordens, ein Janko, Stöger, so oder so. Hoffentlich ist er gut verteilt, aber auch vorne Zoller und Hofmann und Co. Und natürlich haben auch viele Kick-Bass-Manager ein, zwei Kacher drin. Die haben einen Kimmich, die haben einen Müller, die haben einen Musialer, die haben, wenn sie Glück gehabt haben, ein paar Wahlen zwischen dem Team. Das wird einige Kick-Bass-Tabellen nochmal durcheinander würfeln. Denn das Ding aus Champions-Sicht ist jetzt, es bringt, glaube ich, relativ wenig, Bochumer aufzustellen. Da musst du, wenn du den richtigen aufstellen, du musst das Glück haben, du kannst natürlich Risiko gehen. Das Ding ist, sollte Bochum gewinnen, werden die auch kein 250er-Plus-Spieler da drin haben. Also außer, das wird wieder ein 4-1 oder sowas, wovon ich nicht ausgehe dieses Mal. Und bei den Bayern kannst du eigentlich einen Highlighten, also Musialer musst du eigentlich mit reinnehmen, immer noch zu günstig momentan. Sabitzer musst du eigentlich auch mit reinnehmen, auch noch zu günstig momentan. Kimmich kannst du mit reinnehmen, wenn du das Geld hast. Mané wird das Problem sein. Also auch Risiko, muss halt zwei, drei Dinger machen, um drei hinzulegen. Und hinten Pavard wird wieder aktiv sein. Da hast du halt Leute in Form. Also ich würde Pavard über dem Davies aufstellen, wahrscheinlich in der Partie. Gerade wenn du auch bedenkst, wo die starke Seite ist. Also du hast Uzay Tutu wahrscheinlich und Gamboa auf der rechten Seite. Die Davies verteidigen, oder versuchen zu verteidigen. Aber wahrscheinlich stärker sind in der Verteidigung als ein Janko, der im Grunde genommen jetzt zum ersten Mal richtig Bundesliga-Luft schnuppert und da gar nicht groß gesetzt sein kann, langfristig. Wenn Suarez wieder da ist, wenn Horn wieder da ist. Also von daher sehe ich schon eine Upside für die rechte Seite. Gnabry, Pavard, wenn Gnabry spielt in der Startelf, ich gehe von aus. Glaube ich, da könnten die Punkte liegen. Und ich sehe Davies, Mané über die linke Seite, sollte das 4-2-2-2 wieder gespielt werden, von dem ich ausgehe. Gar nicht mit so einer kranken Upside, da müssen schon die Scorer kommen, dass man die 200 plus erreicht. Da kommen wir jetzt zu meinen 11 günstigen Startelflern oder möglichen Startelflern am Wochenende. Blaswig habe ich schon gesprochen. Also es ist im Grunde genommen ein Service, den ich versuche immer einzubauen hier in die wöchentliche Show. Blaswig, 500k, macht Sinn, warum nicht? Gumli Pedersen, günstige Augsburger, kann man aufstellen, wenn man glaubt, die Augsburger spielen. Eventuell mal zu 0, erhalten Mainz und Schach. Unfassbares Gamble, aber günstig könnten starten. EZ-Bue, könnte starten als Rechtsverteidiger. Frage wird da sein, startet heute Abend Benno Schmitz, dann sehe ich EZ-Bue in der Startelf. Startet EZ-Bue heute Abend, sehe ich Benno Schmitz in der Startelf. Stenzel, je nachdem wie Mafropanos fit wird. Toussaint, muss man halt an die Hertaner glauben, gegen Gladbach, keine einzige Partie, wird aber starten. Hat mir ganz gut gefallen auch im Spiel. Martel, Rotation, abwarten, heute Abend, dann entscheiden, könnte man reinzauben. Wolf hatte ich schon thematisiert, Wolf Beino Gittens, günstige Starter bei Dortmund. Brekalo, Waldschmidt, einer wird profitieren, einer wird starten. Wimmer fällt aus, Wind fällt länger aus sogar noch, also Brekalo oder Waldschmidt werden starten. Gambelt auf einen, beide wären mir zu risky. Gambelt auf einen, ich säge sogar eher Waldschmidt noch nach der Vorbereitung als Brekalo, aber euer Gambel und Dietz habe ich ausreichend thematisiert. Also im Grunde genommen hier 30 Millionen für die Elf. Könnte man sogar so ins Rennen schicken, ich sehe aber wahrscheinlich nicht mehr als 4, 5, wenn es gut läuft 500 Punkte, aber wahrscheinlich eher Richtung 300, 50. Gehen wir mal zur richtigen Elf, gehen wir mal richtig Elf basteln. So, dann kommen wir zum Stadion und dann basteln wir los. Also wir haben unsere Missmatches, ich will einen Player drin haben, wo ist er? Ich will einen Player drin haben, ich will einen Tulram drin haben. Ich will die Bayern, ich will Musiala, ich will Sabitzer. Wer macht die Kisten? Macht er Mané oder Gnabria? Oder wir gehen komplett Sicherheit, Kimmich da hat halt viel Geld verbrasst, aber wir haben krank. Sonntagabend Aufholaktion. Im dritten Gladbacher noch Hofmann, wir gehen mit Hofmann im Mittelfeld. 3-4-3, packen Hofmann rein. Das ist krass finanzintensiv. Müssen wir gucken, was wir hinten machen. Eine Spitze, Daniel Mahlen habe ich prediktet, starke linke Seite. Das wäre auch krank. Wenn wir jetzt auf Guerreiro gehen und dann Lückenfüller, also hinten Blaswig, das ist ja ein Selbstläufer eigentlich. So und 8 Millionen für zwei Defender. Wir gehen auf Hasebe, wird starten, haben wir nämlich nicht noch in der EF vorn drin gehabt, aber sollte noch erwähnt werden, haben wir noch 6 Millionen. Und da schauen wir uns mal an, wen wir theoretisch bekommen könnten. Tja, schade nicht. Kusunu sehe ich nicht in der Start. Da habe ich keinen Bock drauf, gegen Leipzig, Gambor habe ich keinen Bock, gegen Bayern. Kenny kein Bock, kein Bock. Leute, gibt es, wir brauchen drinnen Verteidiger. Ich wollte schon gucken, ob man mit Zweikette spielen kann, kann man aber nicht. Komm schon, Marvin Friedrich. Ist Marvin Friedrich drin? Wir stellen um, wir gehen auf Marvin Friedrich. Deutschland liebt dich. Ja, 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 ich habe vergeschlägt. Wir gehen Hofmann raus, gehen Friedrich rein, weil Hofmann ja auf Friedrich quasi die Ecke schlägt. 32 Millionen für ein Mittelfeldspiel und da kann man richtig Spaß haben. 32 Millionen, Arnold daheim. Arnold ist für mich eigentlich ein langweiliger Kick-Bass-Zocker. Aber ich sehe jetzt kein Unter-Arnold, außer wir müssen nochmal komplett umstellen, was ich jetzt nicht machen will, weil die anderen fühle ich alle extrem. Dann der Blick in die Championship 2. Liga und auch da gibt es einen Mini-Cooper SE zu gewinnen. Also solltet ihr noch nicht teilnehmen und vielleicht auch gar keine Expertise in der 2. Liga haben, die könnt ihr euch aneignen. Tusch und ich haben einen Podcast, könnt ihr euch reinziehen. Ihr könnt basteln. Es gibt einen Mini-Cooper SE zu gewinnen und es sind, glaube ich, 16.000, 17.000 Leute drin. Die Chancen stehen da besser als in der 1. Liga, weil da sind, glaube ich, fast 50.000 Leute drin. Also von daher, zockt hier mit. Ich kann euch kurz mal eine Empfehlung geben fürs Wochenende. Ich sehe krasse Missmatches für, wir gehen kurz auf den Spieltag, ihr habt es in meiner Startelf wahrscheinlich schon erkannt. Hamburg daheim gegen Darmstadt. Darmstadt hat sich zwar ein bisschen gefangen, Hamburg aber viel zu stark für die Liga. Also von daher sehe ich Hamburg mit einem Missmatch. Karlsruhe hat sich auch ein bisschen gefangen im letzten Spiel. Karlsruhe auch relativ günstig, von daher kann man da vielleicht ein, zwei aufstellen. Sehe Paderborn daheim gegen Kiel, wahrscheinlich so das Missmatch des Wochenendes meiner Meinung nach. Und Bielefeld-Trainer-Effekt. Muss mal gucken, was ich nicht aufstellen würde, weil es ich bin. Fürther, Fürther gegen Lautern. Leider muss man sagen, Lautern gibt dem Gegner den größten Ballbesitzanteil bis jetzt an den ersten, wie viele sind es schon? Vier Spieltagen, von daher Fürther aufstellen. Macht wahrscheinlich aus Kickback-Sicht auch Sinn. Ich würde es nicht tun, weil ich niemals gegen den FCK aufstellen werde. Von daher, kurz zusammengefasst. Laubenbach, Behrendt, Felsic, Behrendt, auch kranke Rohpunkte als Verteidiger. Sollte Braunschweig immer zu Null spielen, dann sicherlich da kranke Punkte. Das ist halt mein Gambit für diesen Spieltag, weil ich nun mal drei Braunschweiger drin habe. Ne, zwei Braunschweiger habe ich drin mit Platte und Muselija. Dann Kittel, Königsdörfer und Muhheim. Zweite Liga, wenn der Podcast nicht gehört hat. Die meisten Rohpunkte von allen Zweitliga-Kickern über die ersten vier Spieltage. Also das ist quasi der Kimmich der ersten vier Spieltage bis jetzt gewesen in Liga 2. Ambrosius ist von Hamburg nach Karlsruhe gewechselt, sehe ich. Wannicek, Zweitbester-Rohpunkter bis jetzt, Kreativzentrum, also Großchance kreiert, Torschussvorlage. Obwohl der KSC echt schlecht performt die ersten vier Spieltage. Wannicek immer den Top-Performer. Raskowski habe ich drin und das war die Elf. Sonny Kittel habe ich angesprochen. Sonny Kittel hat, wir haben mit Sonny Kittel geschrieben unter der Woche. Er hat ein 300er-Balken versprochen, deswegen habe ich ihn reingezaubert. Liebe Grüße, Sonny. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten, gebt dem Video gerne einen Daumen oben, schreibt gerne einen Kommentar rein. Und abschließend noch der Hinweis, wir haben noch zwei weitere Challenges. Die Bully-Konferenz, wo ihr nur Spieler aus der Konferenz Samstag 15.30 aufstellen könnt. Geiles Game. So, wenn du mit deinen Jungs, mit deinen Buddies zockst, musst du halt schon Freitagabend aufstellen. Aber für Samstag, wenn ihr weiß, ihr zockt, ihr guckt zusammen Samstag, Bully-Konferenz. Stellt eine Truppe auf, auch da battlen, battlen, battlen und wie immer die Kickbase vs. Sky Challenge, wo ihr euch zwischen Team Kickbase und Team Sky entscheiden müsst und auch da saftige Preise gewinnen könnt. Schönen Spieler!